Luca, eine englische Woche mit einem Sahnehäubchen oben drauf, 2 zu 0, gewonnen bei der heimstärksten Mannschaft der Liga, Hand aufs Herz, habt ihr da vorher mitgerechnet? Ja, ich fand, als wir im Hotel angekommen sind, hatte ich auch gleich ein gutes Gefühl und auch so, die Mannschaft ist super drauf und wir haben uns gleich gut reingekämpft, hatten wir von Beginn ab gesagt und fand ich ja. Am Ende der englischen Woche nochmal so eine Kraftleistung, hast du auf dem Platz gemerkt oder mal Bedenken gehabt, dass die Kraft vielleicht nicht reichen könnte? Nee, also alle haben 100% gegeben und wenn jeder daran anknüpft, dann gewinnt man auch so ein Spiel. Jetzt hast du nach langer Zeit wieder getroffen, beschreib mal deine Gefühle, wie wichtig ist das dann, auch mal wieder das Ding ins Netz zu schießen? Ja, natürlich ist es sehr wichtig gewesen für mich, ich habe auch die Wochen zuvor mit mit mir gehadert und an mir gezweifelt, aber jetzt ein super Gefühl einfach. Okay, dankeschön. Bitteschön. 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 Vielen Dank.